Die Rückkehr von Tobias Luderschmidt nach Augsburg natürlich zu einem Zeitpunkt, der brisanter nicht sein könnte. Wir springen direkt rein in die hektische Anfangsphase. Neunte Minute Augsburg in Weiß über Erik Thommy. Der flankt den Ball in die Mitte, erstmal geklärt, doch dann gab es Freistoß. Aussichtsreiche Position aus rund 20 Metern Entfernung. Das ist eine Sache für Erik Thommy. Und Thommy führt aus, Juzinovic verschätzt sich und da ist es passiert. 1 zu 0 für den FCA 2. Riesenjubel natürlich bei den Fuggerstädtern. Juzinovic sieht da nicht gut aus. Der schlägt ziemlich zentral ein und wäre sicherlich haltbar gewesen. Wir springen in die 27. Minute wieder die Augsburger über Rieder. Und der wird zur Fall gebracht. Freistoß und gelb für Fabian Triebel, der da einfach zu spät kommt. Der Freistoß etwas weiter weg als beim 1 zu 0. Thommy probiert es trotzdem. Diesmal aber klar drüber. Nach gut einer halben Stunde dann diese Szene. Langer Ball in die Spitze. Juzinovic macht den Manuel Neuer. Verschätzt sich aber gut, dass Fabian Triebel da noch ausputzen kann. Von Rhein bis hier noch wenig zu sehen. Doch in der 40. Minute dann mal Freistoß. Flach getreten und irgendwie geht der Ball dann rein. 1 zu 1. Der TSV ist wieder da. Kein Augsburger Verteidiger. Versucht entschlossen zu klären. Liebsch als letzter am Ball. Hier gut zu erkennen, dass Friedl den Ball nicht mehr berührt. So also wieder Hochspannung garantiert. In der 44. Minute dann nochmal der FCA. Wieder über Thommy, der ein klasse Spiel machte. Diesmal aber Juzinovic zur Stelle. Und so blieb es zur Halbzeit beim 1 zu 1. In Durchgang 2 dann zunächst Rhein am Drücker. Die bis dahin beste Chance erneut nach einem Standard. Marco Kosic probiert es aus gut 20 Metern Außennetz. Nur eine Minute später wieder rein. Und dann hat Friedl die Riesenmöglichkeit, das Team von Tobias Luderschmidt in Führung zu bringen. Ärgerlich für das Tabellenschlusslicht. Den muss er einfach machen. Es ging jetzt auf und ab. 72. Minute. Jetzt der FCA. Die Flanke findet Bikiruglu. Doch der scheitert an Juzinovic. Augsburg wurde jetzt immer mutiger und erhöhte den Druck. Hier probiert es der eingewechselte Tuck bei aus der Distanz. Juzinovic lässt den Ball nach vorne abprallen. Und dann ist Bikiruglu zur Stelle. 2-1. Augsburg zurück in Front. Tobias Luderschmidt reagierte nochmal und brachte zwei neue. Es half nur nicht mehr viel. Rein probierte es zwar nochmal. Doch so natürlich auch Raum für den FCA 2. Marco Schuster setzt sich da Klasse durch. 3-1. Die Entscheidung. Das Klasse-Solo von Schuster sichert den Dreier für das Team von Trainer Christian Wörns. Denn danach war Schluss. Jetzt Moritz Neuss mit den Stimmen zum Spiel. Der FC Augsburg 2 kann das Kellerduell gegen den TSV Rheinland-Lech mit 3-1 für sich entscheiden. Der Trainer der Gewinnermannschaft Christian Wörns ist bei uns. Herr Wörns, sind Sie erleichtert? Ich bin glücklich über die drei Punkte. Ich bin sehr erleichtert heute. Wie wichtig war der Sieg? In unserer Situation helfen uns nur Punkte. Wir haben in den letzten vier Spielen Unentschieden gehabt. Da kommst du nicht von der Stelle. Deswegen war so ein Dreier heute eminent wichtig für uns. Die Enttäuschung ist natürlich groß, weil es einfach eine unnötige Niederlage ist. Ich denke, über weite Strecken vom Spiel hat das Spiel einfach auch keinen Sieger verdient. Es war Abstiegskampf pur mit sehr, sehr vielen Fehlern auf beiden Seiten. Ich glaube aber, in der zweiten Halbzeit haben wir einfach zwei, drei Großchancen, die wir einfach nutzen müssen, um in Führung zu gehen. Es war dann schon irgendwo klar, wer in Führung geht, wird das hier wahrscheinlich heute nach Hause bringen. Wir haben es nicht geschafft, kriegen dann ein dummes Gegentor und der Rest ist bekannt. Wollten Sie es den Augsburgern auch ein bisschen heimzahlen heute? Nein, überhaupt nicht. Es hat einfach in der Konstellation damals nicht gepasst. Und dann ist es richtig, sich zu trennen. Das war, ist für mich auch überhaupt kein Problem. Ich bin da kein nachtragender Mensch. Im Gegenteil, ich komme hier weiterhin mit allen Leuten gut aus. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben bloß auf uns geschaut. Mir war wichtig, dass wir erfolgreich sind und das haben wir leider nicht geschafft. Der FC Augsburg 2 kann ein heiß umkämpftes Kellerduell gegen den TSV Rhein am Lech am Ende doch recht deutlich mit 3 zu 1 für sich entscheiden und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt tun. Dennoch, die Augsburger dürfen sich darauf jetzt nicht ausruhen. Für beide Mannschaften ist noch alles drin. Es gilt die Konzentration im Abstiegskampf hochzuhalten und nochmal alle Kräfte für den Rest der Saison zu mobilisieren. Und wir von BVTV bleiben selbstverständlich für Sie am Ball.